Gehabt euch wohl, meine lieben Freunde. Hier ist wieder der Marito zurück im Falkenstein. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Montag und womit kann man einen Montag besser beginnen, als hier mit einem Balkon zu überdachten. Fällt dir was ein? Nein, mir auch nicht. So, ich würde sagen, hier machen wir noch 1, 2, 2 sollten reichen, 1, 2, 1, 2, 2, sagte ich, so. Dann müssen wir jetzt mal schauen, hier, hier, wie man hier raufkommt. Es passt doch eigentlich gut, dann können wir hier mal schon rüber. Arrgh! Ihr müsst mir mal zusehen, das seht ihr ja nicht, beim Aufnehmen habe ich ja die Webcam nicht an, aber ich habe schon so richtig professionelles Augenrolling drauf, ja. So, das heißt hier, und hier würde dann auch ein, ups, ein ganzer Block gehen. Ja. Ne, da ist mir der Block aber zu hoch, ne. Wo ist da jetzt was gespawnt? Hm. Ich brauche auf jeden Fall eine Axt und das know ich. I know I need a axe. Haha, ich habe hier eine Axe. Hahaha. Okay, der war schlecht. Ich gebe es zu. Ich gebe es zu, der war grottenübel. Das werden wahrscheinlich hier die Viecher sein und da, ich habe kein Material mit, ne. Hey Mutti. Hey Mutti. Hey Mutti. Schön, dass du da bist Mutti Katti. Noch ein Mutti Katti. Lauter Mutti Kattis. Das ist doch schön. Ich mag Mutti Katti so gerne. Okay. Okay. Wir werden es doch nicht wohl irgendwie mal zusammen kriegen, um das Häusle da fertig zu bauen, ne. an dem wir jetzt seit gefühlten tausend Folgen arbeiten. So. 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 Und die sind dann glaube ich auch noch falsch. Hier. Gehört noch ein Rauf. Genau. So. Und der gehört eigentlich auch noch ein Rauf. Eins nach da, ne. Na. Na zwei sogar. Schaut mal, wie der Marito das schafft, ne. Der Marito, das ist ein wahnsinnig Kerl, der Typ. Der ist so dufte. Marito, ich will ein Kind von dir. Sorry. Ähm. Ist das echt hier in der Höhle unter uns? Scheint so. Sehr, sehr beunruhigend. So. Dann haben wir dann noch die sechs Zäune. Das sind zu wenig. Puh. So. So. Wir brauchen drei davon. Türen. Glas haben wir. Fehlen oben auch noch vier Scheiben, glaube ich. Dann haben wir noch drei Zaun fehlen, auch noch. Können wir die Laternen gleich mitnehmen. Komm, wir nehmen jetzt das Bett hier mit. So. So. Da hatten wir die hier. hier. Ich hänge die dann natürlich nachher noch schön ab, ja. hier mag ich eigentlich die Fackeln lassen draußen, das gefällt mir ganz gut. glaube ich. So. Schlafen wir mal eben. Und ich hab jetzt noch ein bisschen ... Gut, dann ... mal gut mal noch ein Buch mit deles. Dann, dann, dann. 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 Wie komme ich denn da jetzt rauf, ne? Dann ist es ein bisschen unangene. Also Tür können wir hier gleich mal einsetzen. Dann gehörten hier die vier Scheiben rein, das ist auch in der Mitte, das gefällt mir gut, so, hier, das müsste doch passen von der Beleuchtung her, ne, dürfte nicht zu dunkel sein, glaub ich, gut, da unten müssen wir jetzt den noch korrigieren, der passt, der ist in der Mitte, der ist nicht in der Mitte, der passt auch, super, das heißt, Leute, das heißt, unser zweites Schmiedegebäude ist so gesehen fertig und kann eingerichtet werden. Ja, und das ist ja auch schon einrichtungsfertig, das kleine Haus, mega, darauf gleich mal eine Ofenkartoffeln, ne, oder zwei oder drei, so. Oh, und hier haben wir schon Kohle für die Mine, ah, für die Mine, sag ich, für die Schmiede. Marito, du hast dir Kohle liegen lassen. I know. Böses, böses Maritolein, ne? So, sorry, Entschuldigung, Entschuldigung, bin gerade mit dem Headset gegen das Mikrofon gestoßen. Oh, ich bin heute so verspannt, ist echt Wahnsinn. Wie machen wir das, erstens mal wie und zweitens wo machen wir das jetzt fehlende dritte Gebäude von unserer Schmiede. Nehmen wir hier so einen Hof, wenn wir das hier hermachen. Hm. Ich würde gern eigentlich hier so ein L-Haus herbauen, also so hier ran, dann so rüber, ja. Ja. Bin mir gerade noch nicht sicher. Ach, ich habe das Eisen eingesteckt. Ich habe schon wieder Eisen gesucht. So. Na, gehen wir her da. Müssen wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen begradigen, ne? Das Haus schaut zwei drüber. Merken wir uns jetzt mal. Zwei schaut das Haus drüber. Überstand von zwei. Das heißt, drüben haben wir dann auch zwei. Es sind vier, einer in der Mitte. Fünf. Okay. 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 Wir müssen jetzt hier ein bisschen planieren, Leute. Um für das nächste Gebäude quasi Platz zu schaffen. Das wird ein eher längliches Gebäude, wo dann direkt auch ein Stallanbau dran sein wird. Ein Stallanbau aus diesem Grund, denn da wird auch dann der Hufschmied quasi sich in dem Gebäude befinden. Es wird auch das Gebäude gleichzeitig des Hufschmieds werden. Genau. Die Musik ist teilweise so laut. Es ist total unangenehm jetzt das hier. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme dann nicht so laut. So. So. Man muss halt manchmal auch einfach nur ein bisschen Erde wegbaggern, ne? Um sie an anderer Stelle wieder einsetzen zu können. Richtig. Ups. Und die Stelle ist auch gleich hier. Haha. So. Gut. Ja, Monster, ihr könnt gern kommen. Ich hab da nichts dagegen. Ich mach euch alle. So. Wir müssen da auf jeden Fall noch mehr von diesem Hügelchen hier abtragen. Da werden wir nicht drum rum kommen. Äh. Vielleicht erst hier den Baum fällen, ne? Wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Ich persönlich bin ja echt kein so Fan von Terraformen, aber es oh, hoher Baum. Aber es muss halt einfach mal sein, ne? So. Nur das kann ich auch niemanden anders auftragen. Das geht halt einfach nicht. Keiner weiß so genau, wie ich das haben will, außer ich, ne? Ist ja nicht so, dass wir jetzt Riesenberge versetzen müssen. Aber immerhin. Das kommt dann erst im Sommer. Das Riesenberge versetzen. Dann die 1,17 nach außen ist. So. Na, komm. Schlaf endlich. Du Pfeife. Ja, man muss manchmal nur schimpfen mit mir, ne? So. Machen wir uns noch ein paar Schaufeln. Das ist jetzt schon quasi Vorbereitung fürs nächste Gebäude, Jungs und Mädels, ja? Also nehmt's mir nicht übel, dass ich das jetzt schnell mit euch hier wegbaggere. Aber wir brauchen den Platz. Wir wollen ja mit dem Schmiededistrikt fertig werden. Und dann euer Bad anfangen, wo sich dann die Schmieden, die Schmiede und ihre Familie, also die Schmiedinnen, ja? Herr und Frau Schmied auch waschen können. So. Da ist ein Spawner. Leute, da ist ein Spawner. Wir haben noch ein Spawner gefunden. So. Spawner ist außer Kraft gesetzt. Mega geil. Leider nur eine Kiste. Pferderüstung, Kohle, ja super. Pferderüstung, das passt doch thematisch super zu unserer Schmiede, ne? Ich mach jetzt hier zu, damit da hinten aus der Hülle nichts mehr nachkommt. Wir haben also zwei Spawner bei uns hier direkt. Sehr cool. Wo bin ich da eigentlich runter gefallen? Hier. Hallo? So. Markieren wir das hier mit einer Fackel, damit wir wissen, wo hier der Eingang ist, ne? Das sollten wir uns ja auf jeden Fall merken. Sehr cool. Können wir uns gleich wieder überlegen, was wir daraus machen, aus dem Spawn? So. Ich muss jetzt gleich mal ausmessen, wie weit das wir jetzt hier schon fertig sind. Wie weit das jetzt schon genügt. Wir haben gesagt, fünf lassen wir frei, ne? Haben wir gesagt. Ihr seid meine lebendigen Zeugen. Und hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das geht sich ja ganz genauso jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann sind wir genau hier. Hm. Hier kommt das nächste Haus hin, ne? Da will ich wirklich hergehen und sagen, da lassen wir jetzt, weiß ich nicht, sieben frei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt geht's hier aus. Vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es passt auch gut. Dann haben wir da irgendwie so einen Ausgang zum Spawner noch. Das heißt, die Reihe gehört noch ganz weg. Die Reihe gehört noch ganz weg, ne? Achso, wir machen hier hinten eine Mauer. Das heißt, da gehören noch mehr rein weg. Haha. Ja, jetzt mindestens zwei. Und dann können wir wieder so einen Aufgang machen, ja? So einen Hang. Ne, ja, mindestens zwei gehören noch weg. Okay. So, diese beiden Häuser werde ich allerdings, Leute, um ein bisschen voranzukommen, die Materialien alle vorbereiten, so dass wir pro Haus genau eine Folge brauchen, um die zu bauen, ja? Da stelle ich mir einfach hier zwei Kisten hin oder eine große Kiste, je nachdem, wo das ganze Material dann schon bereit liegt morgen in der morgigen Folge, denn wir wollen ja hier schließlich fertig werden mit dem Schmiedestrick. Wir müssen alles noch dekorieren dann, einrichten, die ganzen Werkbänke und so schaffen. Wir haben hier noch sehr, sehr viel zu tun auch. So. Da gehört auch jetzt noch eine Reihe weg. Da. Okay. Also, Leute, ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Start in die Woche und freue mich, dass ihr da seid, ja? Ciao, Baba. Euer Marito. ein paar Mal. Ich wünsche euch noch ein paar Mal. ein paar Mal. Ich wünsche euch noch Vielen Dank.